was ist denn jetzt schon wieder da war nicht sehen das war ball da kommt der anpfiff das spiel beginnt das spielte bei monaco 8 dings hier walkau hat denn hier der bappe lott die lottinn wie der ist das hat mir doch was hat mir nicht ja klar weil ich verloren habe dann multinho sind schon ein paar dabei das war eine richtig gute möglichkeit aber jetzt der ballverlust ja dann so muss das aussehen ja genau so torgefährlichen Mittelfeldspieler in ihren Reihen kein Wunder echt zieht wie sauer alter der Super harmlos da geht der Ball zum Gegner abseits er geht abseits ja wird die Bordel ist ein Kölzen ja kommen Prozent Prozent ja am Staubertor so muss es sein Jahr alter auf meinen Mann was ist absteubertor er was er selber Ist es nicht? Ja. Boah! Ecke. Nochmal. Uppe! Alter, was? Hä, wo Ball? Ja, und jetzt... Ja! Zieh, blöde! So, muss das. Ja! Mann, 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 Mann. Scheiße. Zeitspiel, hä? Ja, was in Sinn steht für dich. Alles klar. Alter! Ganz normaler Körperkontakt. Nix mit ganz normalem Körperkontakt. Ja, aber dicke. Das könnte gefährlich werden. Hier, Ero. Gutes Technik. Alter! Schön von hinten. Nice, du musst das. Turbogedürkt. Und nicht von hinten. Jetzt Obermeer. Und leider. Jetzt holt er sich den Ball. Lass fallen. Bernardo Silva. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ja! Das ist doch nicht. Also da fehlen mir die Worte, Junge. Äh! Jetzt vielleicht... Guerrero. Da kommt... Ups! Rüsch! Boah! Super Einsatz vom Torhüter. Und das ist eine Ecke für Dortmund. Rüsch! Diesmal nicht vom Ball weggehen. Und der Torhüter ganz sicher. Glech! Jetzt könnte es gefährlich werden. Boah, Trau, was war das jetzt? Da ist der Torwart da gut gemacht. Gebt Eckball und vielleicht können sie die Führung ja ausbauen. Vergiss es! Oh! Nein! Ich glaube, das war's jetzt so langsam. Ich fürchte auch, Wolf, das Ding werden sie nicht mehr drehen. Also der Rückschnitt ist zu groß. Jetzt steht es 2 zu 0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Gute Zeit! Also... Ja, da ist mein Volkau jetzt. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Geht jemand gelogen. Das ist ein Eierkopf, die Krabbstube. Ja, das glaube ich auch. Mann, 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 Mann. Da macht er das Spiel schnell mit dem Eindruck. Radamel Falkau jetzt. Mann, Scheiße! Weigel. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Defensiv, Mann, ist gut. Ich stelle das schwumig. Wieso, Mann, Alter? Boah. Alter! So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. Drei Minuten. Da holt er den Ball zurück. Granado Silva. Ey, ich komme hier nicht durch. Das kannst du vergessen, das Scheißspiel. Mann, ey. Ja, ich habe LB gedrückt, Alter. So, es ist soweit. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie. Angesichts seiner Leistung war die Auswechslung absehbar, ne? Er ist nie richtig ins Spiel gekommen. Also, da darf er sich über die Auswechslung wirklich nicht beklagen. Könnte gefährlich werden. Und nun ein Schuss. Ja, besser Torwart. Nee, war scheiße geschossen. Ja, genau. Ihr seid die Helden von der Abwehr hier. Oh, nee. Birgit, du Mann, ey. Das war zu arrogant. Hast du den auf Messi gemacht? Ronaldo. Zu arrogant. Nee. Nee. Oh, lass mich doch spielen, Alter. Ja, komm. Das dauere ich hin, Alter. Sie sind wie weit ein Pferd auf ihn hin. Mit zu viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Jetzt vielleicht der BVB. Klasse-Technik. Marc Batra. Christian Politik. Super gemacht. Wie lange es sich macht. Das ist von deutsch. Oh, Mann. Jetzt. Mann, 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 Mann. Jetzt rein hier. Brichen die Knochen, Alter. Hey. Ja. Ich sag, komm. Guerreiro. Den machst du. Ich sag, Mensch, wo stehst du, du Depp, Alter? Mann, zwei Meter, Kunde hier. Alter. Das ist toll. Gut, den Ball hier im Mittelfeld erobert. Okay, eine Spielstation. Ah, shit. Da kommt er weit raus und kann klären. Super Aktion. Klasse mitgespielt hier. Und das wird von tollen... Ja, komm, Isak. Das ist ein normaler. Nein, zwei vorgelegt. Ah, verdammt. Genau richtig gemacht. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Jetzt der Falle. Super abgewehrt, aber war letztlich kein Problem. Ja, das ist doch dämmig. Super gespielt. Mach dir mit der Hacke. Den Ball spielt er gut. Oh. Ich kenne den einfach nur im Streukotzen, Mann. Ey, alter Schiri. Ey, Schiri, das musst du da jetzt mal sehen. Das ist ein gefährliches Spiel hier. Ich bin aggressiv. Das könnte die Gelegenheit geben. Hey. Ganz normale Körperkontakt. Ey, komm, das war abgelaufen. Ja, verfallsdeutung oder was. Ein guter Doppelfast. Alter. Das ist ein Foul. Ey, komm, ja. Komm, Weidenfeller. Du bist doch... Weißt du? Ja, das trägst du noch weg. Damit man es nicht sieht, die Scheiße. War nämlich gar nichts. Na klar. Da war nichts. Auf jetzt. Na klar. Ja, deine Spieler sind alle 2 Meter 15, Mann. Alter, ey, Sch... Du, du, ziehbleute. Ja, das wäre eine große Sache, Alter. Ey, das ist doch scheiße. Das hatte nichts mehr mit Fußball zu tun. Das kannst du mal den Körperkontakt? Nee. Das kann passieren, das muss aber zu passieren. Das ist doch scheiße. Wenn man noch gehölzt wird. Was denn gehölzt? Naja, meine fliegen hier um die Ecke, Alter. Ich sehe hier keinen, Dotte. Meine würde kurz fliegen. Ja, das ist doch klar. Nur noch einer, Bushi. Wer hätte das denn für möglich gehalten? Sie sind hier wieder dran. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Dotte. Und den Freistoß können Sie jetzt direkt versuchen. Ja, ich habe einen Freistoß. Wieso hat denn der Isaac eine Gelbe? Was hat denn da schon so gemacht? Ups. Dotte. Alter. Oh, nein, Dotte. Alter. Ja, richtig, richtig so. Der hättest du dir sein. Der hat mal den Klötzen Luf gemacht. Es ist doch total schwieriger, hier in die Partie zurückzukommen. Ja, Köln, gäbe es im Tor, oder? So. Hm. Klasse Freistoß und das aus dieser Distanz. Hm, wo ein Schlecht. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Was ist ironisch gemeint, oder? Nee, wo gut. Ich wollte es mit dem Außenruss versuchen. Ja, Köln, und ja, ist drin. Ja, nee, Birgi. Ja, kommt um den Rand. Alter, Birgi, du bist ja eine Nütte, ey. Ja, auf jeden Fall ist es eine Nütte. Wer ist drin? Ah, nein. Mich so ruckelt das Spiel hier. So, jetzt schießen wir nochmal in Richtung Süd rein, hier. Pulisic, komm. Jawohl, und rein. Ja, was? Ja, was? Oh, ein Sapschwein. Scheiße, der ist langsam. Ich muss versuchen. Das gibt es nicht, die Fouten werden durch, Alter. Wenn sie nach dieser Ecke treffen, haben sie den Sieg ganz sicher in der Tasche. Und er schießt. Volles Risiko, aber der Torwart hält. Oh! 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 Was ist denn jetzt schon wieder? Da war nichts, ey, das war Ball. Ey, das war Ball. Komm, schieß doch drauf. Direkt, komm, nein. Das ist doch so ein Lappen, da, Schiri, ey. Meine Fresse, ja. Ach, shit, ey. Was macht denn das? Hätte er ihn nicht geben müssen, den Freistöss. Klar. Ja, lauf einfach vorbei. Mann. Ja, klar, pfeift er jetzt ab. Nachdem du das Tor geschossen hast. Ne, jetzt. Ach, das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Ich hätte nur fünf Meter laufen können, wenn ich so das war. Ey, jetzt pfeift ab, Alter. Ich kotze gleich im Brei. Jetzt komm. Komm, pfeift. Dumm, ey. Mann, das ist doch sinnlos. Ui, 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 ui. Ja, genau. Als würden die irgendwann mal in ihrer Karriere was reißen.